Professor Walter Weber aus Basel, über onkoplastische Techniken zu referieren, ein Thema, das dir immer mehr ausgeschneidt wird. Bitte. Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist für mich immer eine große Freude, hier an diesem Senologie-Update sprechen zu dürfen. Heute natürlich besonders, mein Lieblingsthema, die onkoplastische Chirurgie. Ich danke Christoph Tausch und auch Christoph Racket sehr für diese Einladung. Das erste Dia zeigt Ihnen die Entwicklung der Brustchirurgie, ein Dia, das ich immer wieder zeige als Einführung. Sie sehen ganz links, dass wir jahrzehntelang bei jeder einzelnen Frau mit Brustkrebs eine radikale Mastektomie durchgeführt haben, ohne irgendwelche Daten, eine Überbehandlung für die allermeisten. In den 70er Jahren haben wir angefangen zu verstehen, dass weniger Chirurgie gleich gute Resultate bringt. Wir haben die Mastektomie modifiziert, die brusterhaltende Therapie multidisziplinär eingeführt. Und heute haben wir verstanden, dass Themen wie Ästhetik, Lebensqualität und Zufriedenheit auch ganz wichtig sind. Wir haben die Techniken noch einmal weiterentwickelt. Sie sehen rechts oben eine Patientin nach beidseitiger Mastektomie mit Autologen-Direktaufbau. Und rechts unten das Thema des jetzigen Vortrages. Auch nach der brusterhaltenden Operation haben wir Fortschritte gemacht mit der onkoplastischen Chirurgie. Sie sehen rechts unten eine Frau vor und nach einem solchen Eingriff. Wie der Name sagt, die onkoplastische Chirurgie ist definiert durch eine Kombination aus tumorkirurgischen und plastisch-chirurgischen Operationstechniken. Das kann ein Team sein aus Tumorkirurgen und plastischen Chirurgen oder ein onkoplastischer Chirurg, der beide Techniken beherrscht. Das Ziel ist zusätzlich zur R0-Resektion eine Verbesserung der Ästhetik. Wenn die Brust klein ist und man nur einseitig operiert, geht es darum, die Asymmetrie zu minimieren, dass man möglichst wenig sieht von der Operation. Wenn die Brüste eine gewisse Größe haben und Ptose und wir beidseitig operieren und die Patientin dies auch so wünscht, dann gelingt es häufig, dass sich die Patientin nach der Operation besser fühlt und zufriedener ist mit der Ästhetik als vorher. Eine wichtige Entwicklung war dieses neue Gesetz, das die Grundversicherung zwingt, die Teilrekonstruktion der betroffenen Brust zu übernehmen. Aber noch wichtiger, dass wir jetzt auch die Gegenseite anpassen dürfen und keine Kostenübernahmegesuche mehr stellen müssen. Seit Dezember 2014. Hier sehen Sie eine Arbeit, Analysts of Surgery, Nummer 1 Zeitschrift der Chirurgen vom letzten Jahr, die über 1400 Frauen befragt hat, wie zufrieden Sie sind nach einer Brustkrebsoperation. Sie sehen ganz links die Zufriedenheit nach Brusterhaltender Therapie und ganz rechts die Zufriedenheit nach Mastektomie ohne Wiederaufbau. Und Sie sehen, es gibt sehr wenige Unterschiede. Das bedeutet, wir haben hier deutliches Optimierungspotenzial, auch Bedarf. Wenn Sie mit Frauen zu tun haben nach Brustkrebsoperationen, dann kennen Sie diese Deformitäten, Asymmetrien, Mammillendeviationen, die leider häufig nach der konventionellen Brustchirurgie auftreten. Dass das funktioniert, ist offensichtlich für alle, die onkoplastisch operieren. Es ist aber etwas schwierig zu messen, die ästhetischen Resultate. Es gibt wenig standardisierte Messverfahren. Es ist ein Langzeitverlauf nötig. Das subjektive Empfinden der Patientin entdeckt sich nicht eins zu eins mit dem Objektiven und so weiter. Aber es gibt jetzt zunehmend Serien, die das entsprechend belegen. Die Ästhetik ist besser nach der onkoplastischen Chirurgie als nach der konventionellen. Und ein zweites wichtiges Ziel der onkoplastischen Chirurgie ist, dass wir wieder grössere Tumore im Brusterhaltend operieren können. Wir haben also zusätzlich zur Neodjuvanten-Therapie eine zweite Methode, wie wir Frauen mit grossen Primärtumoren die Mastektomie ersparen können. Der Vorteil, das scheint konsistent jetzt immer wieder publiziert zu werden, ist, dass wir weniger R1-Restriktionen haben, weil wir grössere Volumina entfernen. Der Nachteil scheint, grössere Wundflächen, mehr Wundheilungsstörungen, mehr Wundinfektionen. Und die grosse Frage ist jetzt, verzögern diese Komplikationen die Adjuvanten-Therapie, den Beginn der Adjuvanten-Therapie, ein Thema, das ähnlich diskutiert wird, wie der Zeitpunkt bis zur Chirurgie im letzten Vortrag. Und da haben wir jetzt auch zunehmend Daten aus retrospektiven Serien, Single-Center-Serien, aber konsistent, die zeigen, dass das in Ausnahmefällen der Fall ist und wahrscheinlich in einem Bereich, wo es keinen negativen Einfluss hat auf die onkologischen Endpunkte. Die onkologische Sicherheit im Sinne von tiefen Lokalrezidivraten wird auch zunehmend belegt in der Literatur. Das ist eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie kennen von der marmillenerhaltenden Mastektomie. Die Lokalrezidivrate nach onkoplastischer Chirurgie im Vergleich zur konventionellen Chirurgie, wir operieren ja grössere Tumoren, wir haben etwas weniger R1, dafür mehr Komplikationen, haben wir mehr oder weniger Lokalrezidive, es scheint ungefähr gleich zu sein. Das heisst, wir können nicht den Punkt machen, dass wir bessere Krebschirurgie machen, weil wir grössere Volumina herausnehmen, wir senken damit das Lokalrezidivrisiko nicht und wir müssen diesen Punkt auch aufhören zu machen, sonst sind wir eine leichte Zielscheibe für die konventionellen Brustchirurgen. Und das deckt sich auch mit dem, was wir schon gelernt haben über die Schnittränder, mit der neuen Meta-Analyse, mit den neuen Guidelines, die zeigen, dass ein grösserer Schnittrand mehr als Tumor-Not-Touching-Ink das Lokalrezidivrisiko nicht weiter reduzieren kann und es passt auch zu dem, was wir vom MRI, von der routinemässigen Anwendung des MRI kennen, dass MRI entdeckt war, zusätzliche FOCI, die dann mit mehr Chirurgie entfernt werden, aber das reduziert das Lokalrezidivrisiko nicht. Wir haben in Basel die Nomenklatur für uns standardisiert und auch die Operationen, wir reden nur noch von vier Operationskategorien, die konventionelle Tumorektomie und dann die drei onkoplastischen, die Tumorektomie, die Mastopexie und die Reduktionsmamaplastik. Die einzelnen Kriterien sehen Sie hier, bei der konventionellen Tumorektomie wird fakultativ eine Verschiebeplastik durchgeführt, das heisst, die Restbrustdrüse wird epifaszial-sukkutan mobilisiert und dann verschlossen. Die onkoplastische Tumorektomie, OPT, unterscheidet sich von der konventionellen dadurch, dass entweder ein Volumenersatz durchgeführt wird oder eine Rekonstruktion richtig mit einem Latten, der allseits befreit wird und gestillt ist. Das ist dann ein Gefäss, entweder der Arteria mammaria interna oder der Arteria mammaria lateralis. Die onkoplastische Mastopexie ist dann definiert durch die nicht-onkologische Haltresektion, also die Straffung. Die Rekonstruktion kann mit einem Lappen erfolgen, es kann eine Mammillenverlagerung mit einem Pedikel erfolgen. Und die onkoplastische Reduktionsmamaplastik beinhaltet dann sowohl den Straffungseffekt als auch die Mammillenverlagerung mit dem Pedikel und häufig, das zeige ich Ihnen in den Fotos, dann auch noch Volumenverlagerungen durch modifizierte Lappen. Jetzt kommen zwei schrecklich überladene Dias, das können Sie nicht lesen, müssen Sie auch nicht. Es zeigt nur, dass wir sowohl Indikation als auch partielle Brustrekonstruktion standardisiert haben. Das ist der Indikationsalgorithmus. Je nach Brustgrösse und Tose und Tumorgrösse und Lokalisation führt uns der Algorithmus zu den verschiedenen Kategorien. Als Beispiel die grosse Brust kann man konventionell operieren oder dann die Reduktion durchführen. Wenn der Tumor klein ist, landen wir bei der konventionellen, wenn er dann grösser wird, eher bei der Reduktion. Wenn die Brust aber klein bis mittelgross ist, wir verzichten absichtlich auf Zentimeter oder Volumenprozent, das Ganze ist relativ, der Tumor aber mittel bis gross, dann führt es uns zu den entsprechenden onkoplastischen Kategorien. Und wenn wir die Kategorie dann festgelegt haben, dann zeigt der Rekonstruktionsalgorithmus abhängig von der Tumor-Lokalisation, welche Rekonstruktionstechniken, welche Flaps, welche Lappen, welche Mammillen, Petticle für die Rekonstruktion angewendet werden können. Und jetzt kommen noch ein paar Fotos, können Sie sich zurücklehnen. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Hier ein mittelgrosser, kleinerer Tumor, aber an einer schwierigen Stelle im Dekolleté, mittelgrosse Brust, wenig Ptose. Hier haben wir eine onkoplastische Mastopexie gemacht, das ist eine zirkumareolare Straffung, also keine Mammillenverlagerung. Das ist seit langem beschrieben als Benelli, Donut oder Roundblock. Und die Rekonstruktion mit einem kaudolateralen, glandulären Lappen, der nach oben rotiert wird, um das Volumen in den Defekt zu verlagern. Die Patientin nach einem Jahr. Dann ein Tumor in den unteren Quadranten, wieder eine Mastopexie, weil wir die Haut nicht resizieren aus onkologischen Gründen. Und dann einen doppelten dermoglandulären Rotationslappen, um unten abzustützen, damit die Mammille nicht nach unten fällt und es zu einem Volumenverlust kommt aus dem Dekolleté. Auch diese Technik schon lange beschrieben als Faulmamaplastik oder Triangle oder dermoglandulärer Lappen oder wie auch immer. Das ist eine Technik, die, soweit wir wissen, nicht beschrieben ist. Die ist dem kreativen, innovativen Geist von unserem Superplastiker, Professor Hauger, entsprungen auf dem Operationstisch. Nach zentraler Tumorektomie-Rekonstruktion mit drei Lappen. Der mittlere ist eine Modifikation der ursprünglichen Grisotti-Technik. Ist nur noch durch die interkostalen Perforatoren durchblutet. Der wird nach oben gezogen und unten abgestützt dann durch den doppelten dermoglandulären Rotationslappen, also eine 3-Flap-Technik, hier nach neun Monaten. Die Mammille kann dann noch rekonstruiert werden. Ein Beispiel für die onkoplastische Tumorektomie mit einem Volumenersatz. Die Patientin wollte nur einseitigen Eingriff, mittelgrosse Brust, grosser bizentrischer Tumor, 40% der Brust, Tumorektomiert. Und der Volumenersatz mit einem Latissimus-Dorsi-Lappen vom Rücken, die Patientin nach einem Jahr. Und dann die Reduktions-Mammaplastiken. Sie sehen hier grosse Brüste, Ptose. Die Patientin wünscht einen beidseitigen Eingriff, Tumorektomie rechts, oben, aussen. Sie sehen, da arbeiten wir dann richtig mit Pediclen und mit einem Kranio-Medialen, um die Mammille zu versetzen. Und dieser Kaudo-Mediale, glanduläre Rotationslappen, der nach oben in den Defekt verlagert wird. Und hier eine letzte Patientin mit einem sehr grossen Invasiv-Lobulär-Mammakarzinom. Wir, die Ärzte, haben in längerer Zeit nicht gesehen, wie das beim Lobulären sein kann. Man sieht es einfach nicht auf der Bildgebung. Schlussendlich 12, 13, 14 Zentimeter gross. Wir haben fast wie eine halbe hautsparende Mastektomie gemacht. Aber eben so, dass wir mit der Technik mit dem Kaudo-Medialen, glandulären, Rotationslappen nach oben und dem Kaudo-Lateralen, dermoglandulären Lappen nach unten, um das Ganze abzustützen, noch solche Resultate erreichen können. Ein Tumor nicht wirklich geeignet für die Neodioante-Chemotherapie. Und das Neodiovant-Antihormonell vorzubehandeln, braucht sehr viel Mut bei dieser Größe und dieser jungen Frau. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass es sich lohnt, diesen grossen Aufwand zu betreiben, die onkoplastische Chirurgie anzubieten, um eben mit besserer Ästhetik, Lebensqualität und Zufriedenheit unserer Patientinnen zu verbessern. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.